wir brauchen also bitte die info von wo die bauen wir bauen einfach immer andere seite als dritter weil die weil die gleiche seite mal gebaut haben ich glaube bei der ablösung würde sogar 27 reichen weil ich könnte gleich schon wenn ich hier fertig bin mit ich meine wirklich schon reichen drei 23 ist ja gleich ist ja ich weiß es nicht also das ist ja ich merks aber das ist dann liegt dann an der map weil bei allen anderen maps passt hier ist die map ist halt einfach in osten und westen gebaut in stadt in norden und süden das kann ja nicht immer alles im norden und süden passiert weißt du da fühlt sich aus ich habe irgendwann auch mal ausgeschlossen und braucht haben wir hier eine andere ablöse oh mein gott kackrad kommt der train was ich würde ein bisschen ja kann ich halt nichts machen mann ok äh bett bitte zubauen achtung bitte ok jetzt sicher wo wirst du denn hin pfff ich will die hin würdest du eventuell nicht mal spawner lassen nein ich glaube nur von der bocke ist das ding ich glaube nur von der bocke ist das ding naaa keine ahnung lohnt sich glaube ich nicht wirklich oder los attacke der bocke von denen ist man noch nicht der ist jetzt auf dem weg ja jetzt komme ich nicht mehr hinterher mit meinen in einem block yo hallo tam hallo hallo ja hey als ob der mich auch noch holt wie glück hat der bitte der holt einfach gefühlt jeden ja feierbar finn soll man bei der ablöse als letzter 22 nehmen ah hallo alec hi oh steht das denn da hallo keine ahnung hat gynnie mir so geschrieben ich hab die einfach nur kopiert gefühlt das ist ne revie ablöse ist es auch hundertprozentig ich kann das mir echt vorstellen du baust ähm rock by the way down ja ähm also ich bin one hit und ihr so gehen kurz durch ich bin nur aufs team herz also ich bring hier oben halt gar nix regenerier auch nicht komm mal los zu essen klasse dass die leute so rum springen hm hm du brauchst deinen ersten soll ich erste bauen oder wieder hoch kommen komm hoch komm hoch ich würd sagen erste bauen weil der bogen steht halt ziemlich gut ja okay er kommt hoch vier herzen ach du und wir kommen jetzt treu wahrscheinlich ja wenn wir die kriegen oh gott ja den einen hast du fast genau nein ach ach auch alles ok dann lebt jetzt nur noch einer über dir hast du hast du hast du noch einen bogen fredix mhm perfekt genau der richtige überlegt hat mich schon zurückgehalten ich hab die im drei gegen äh zwei gegen drei gelassen ich hab den wie kommt der hä du hast grad gar genug bekommen ich weiß ich hab's auch gerade gemacht ja moin der ist einfach weitergelaufen ich laufe wesentlich Ich geh zurück. Ich geh zurück. Geh nur P-Weg. Noch nicht. Ich hab da ein Stack hingelegt. Ja, ich hab genug. Hier, nimm die wieder. Er zieht jetzt? Ja, er zieht jetzt nur P-Weg. Er zieh ich nicht so toll. Ja, bauen wir da unten durch. Achtung, sorry. Boah. Ähm, wir brauchen jetzt langsam einen der Base. Ja, aber ich bin da. Hier noch Blöcke. Er lüftet. Ne. Er hat echt viel Glück. Komm jetzt. Wo sind denn die? Baseball machen oder nicht? Einen hab ich. Noch nicht am besten. Wie kommen meine Low-Pfeile? Steht hier überhaupt jemand? Äh. Äh, doch. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wo der... Äh, das kannst du nicht mehr treffen. Äh, das hab ich direkt gesehen. Der Bogen trifft so gut, ne? Guck mal. Ja. Ja. Hab den. Kann ich deine Q nehmen, Gotti? Ja, Blöcke wären halt nice. Ja, ja, liegen. Nach vorbei. Lass einfach gut sein. Nimm selber. Ja, ja. Komm nochmal. Komm rein. Nur noch Bogen oben. Ach du. Wir müssen eben jetzt rupen ankommen. Warte, boah safe hier. Geh mehr in One-Stack-About. Boah safe hier. Felix. Alles cool. Ja, hälst dir ein Hit gegen das weg. Musst du pushen. Ja, unter euch. Achtung. Da kommt einer. Ach, Bogen. Achtung. Also jetzt mein von dem. Äh. Achtung, ich bin unter dir. Da. Deck vor dir. Achtung. Achtung. Bogen. Preis. Achtung vor euch. Soll ich auch hochkommen? Ja, ich bin zu zweit. Du zu zweit. Der Roboter ist der Beckspreis. Ja, ich wollte das sagen. Der Roboter ist der Beckspreis. Achtung, der ist unter uns. Und durch. Pass auf das nicht durchlaufen, Jungs. Hä? Wo bekommst du den? Der ist low. Der ist low. Wo ist denn der andere? Noch einer auf dem One-Stack. Ähm. Der andere, ich weiß gar nicht. Ja. Von wo hab ich grad den Lippe kommen? Hat einer essen? Hat er. Rob, ich bin bei dir dran. Wo ist der andere? Hier weg. Die können, glaub ich, EP werfen. Der ist eingebaut. Ja, die können EP werfen. Der hat auch safe EP dabei. Der hat safe EP dabei. Der hat safe EP dabei. Push. Soll ich den nach vorne? Wollen wir rein? Dieser Blumer HD hat safe EP. Der hat lange geschafft. Ja, EP. Oder? Oh mein Gott. Ja, EP. Das kann nicht sein. Egal. Nee? Noch nicht? Noch keine EP. Ja, EP. Ja, EP. Ja, EP. Zwar fliegt keine. Ja, der hat einfach einen Sackball dabei hast. Das wäre was ich glaube. Und der hat einfach gar nichts. Meine Hände sind kalt. Mach das mit Absicht. Oh mein Gott. Taktik. Äh, Brustplatz liegt auf dem One-Stack. Äh, ich komm wieder hoch, gell? Oder ist Felix auch down? Äh, doch nicht. Soll ich Pace play? Da war ein beunruhigendes Mal. Nee, geil. Ja, die pushen halt Felix zu dritt. Ja, soll ich Pace play? Das ist falsch für eine Lüge. Ähm. Du musst sechsmal du machen. Warum? Doch. Felix ist die Kung gleich da. Oh oh. Achtung, da sind zwei. Ah, EP, EP, EP. Er hat die EP gedroppt, glaube ich. Fisch im Ernst, oder? What the fuck? Am Ball. Wo ist die? Ich hier, oder? Oder es war ein Apfel. Oder es war ein Apfel. Oder es war ein Apfel, gefällig ist es nicht. Da. Bin ich unter dir. Dick, hast du Essen und ein paar Blöcke? Ja, ja, komm her. Ein Essen kann ich dir gegen die Hälfte meiner Blöcke. Reicht das? War das ein Apfel oder eine EP? Ich hab nichts von einem AP gesehen. Ja, da ist halt einer runtergesprungen und hat was geworfen. Also aus meiner Sicht sah es halt erst so aus, aber es war ein Apfel. Oh shit, ey. Richtig gescared. Aus der Taktik. Achtung, da sind zwei. Die müssen jetzt langsam echt mal oben bekommen, ja. Wer sind wir denn? Na, da kommt wieder hoch. Der ist ungefähr... Ja, der ist eher als ich da. Nee, ja, geht. Die kamen sogar gut an. Machst du Schluck auf, Tom? Nee, nee, ich musste grad nur ein bisschen aufstoßen. Ich bin ja zu zweit am Stanken. Einer ist der Klaus vor mir. Hab einen. Meins? Nein, der andere hat nicht genockt. Ja, und ich wurde auch von dem genockt. Ja, ich geh hoch. Ich hab noch nichts gerissen. Ich werd immer instant genockt, ey. Das fuckt mich so ab. Haben die wieder Bogen oben, oder? Haben sie hier drauf? Mh, nein. Doch, die haben Bogen oben. Oh, okay. Willst du best, dann? Ja, kann nicht. Einer kommt raus, die gute Achtung. Willst du best, dann? Ja, kann nicht. Bogen spams. Jo. Der Bogen ist da oben. Pass auf. Er ist genau über dir. Ist der alleine oben? Mhm. Was bist du jetzt, ne? Moin. Der Bogen ist jetzt ganz, ganz oben. Über Felix? Äh, ja. 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 Hinter euch kommt wieder einer. One-Stack. Damit hast du wieder Essen. Ja, ja. Ey, der macht gleich einmal tief wahrscheinlich. Gleich. Ja. 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 Ich bin mal noch. Ich bin noch. Ich bin noch. Ich hab einen. Ich hab einen. Oh, schau. Sollte beide da? Hinter dir. Der eine ist unter dir. Der eine ist unter dir. oder? David, bleibst du was? Unter dir ist auch noch einer, Felix. Ja. Oder? Ne, warte, ist das Finn. Das Finn, sorry. Einer ist gerade erst one-Stack hochgelaufen. Der Bogen sitzt. Wir sind alleine. Oh, nice. Was tut. Boah. Ja. Okay. One-Stack. War das der Bogen? Ja. 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 Ich bin noch mal auf zu chatten. Was? Ich bin noch mal auf zu chatten. Ne. Ja. Die bringt schon wieder Bogen hoch. Vorne ist direkt einer. Die kommt schon wieder mit dem Bogen hoch. Also gleich bin ich ein bisschen verarscht. Was passiert jetzt? Nichts. Alles gut. Ich bin auch lachen, ihr Wichser. Ne. Was soll ich jetzt? Alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Haben wir TNT-Schutz? Ein bisschen. Ja. Erste Schicht minimal. Soll ich weiter bauen? Wie viele sind gerade auf dem One-Stack? Drei. Drei, ja. Zwei. Hä, das sind doch zwei. Okay, drei. Da ist schon wieder irgendein Fisch auf meinem Bogen. Du hast ne EP? Nein. Der hat sich gerafft? Doch, hat er. Nein, hat der nicht. Der hat nicht mal eine EP hat. Es hat doch geklappt. Ich war doch gut. Ja. Achso. Du hast außerdem die EP geklappt. Ja. Achso. Nein, ich hab dir nicht gezeigt. Ich hab die gekauft, weil ich auch mal cool sein wollte und es nicht sagen wollte. Und dann standen wir oben und hatten oben und plötzlich hatte ich eine EP mit, die komplett sinnlos war. Sind wir mal ehrlich. Hättest du gesagt, jetzt lass uns fail und wir hätten das nicht mitbekommen? Äh, nö. Wenn ich gefällt hätte, hätte ich es gesagt. Nein. Das hättest du nicht sagen dürfen. Das wäre so lustig gewesen. So. Wo ist denn unser Golden? Ich weiß es auch nicht. Was? Ich mach mir glaub mal einen alten Schiff. Mach das. Ja mal komm, schreib. Was? Achso. Nein. In Ernst? Du hast reingeschissen. ин. Baby Shark-Dy-Dy-Dy-Dy-Dy. Hiiii. Deine Zeit recombine. Du da, der Mario, du bist ja ganz schön geil. Gang, gang, gang. Ich hab immer noch Hunger. Achso, er hat erst was zu tun. Ja, Phil, der hatte ne EP. Wirklich? Hä? Ja, hat er doch angeschrieben. Wo ist der letzte? Ich hab doch gesagt, er hat die EP gedroppt. Mir wollte nur keiner glauben. Ja, er hat die mit Q gedroppt. Ja, er hat die beim Springen gedroppt, anstatt Rechtskick zu drücken. Kann ich hochgehen? Wenn du noch ein paar mehr Blöcke tritt, dann kann ich hochgehen. Oder brauchen wir noch einen Baseliff? Nee, nee, der dürfte kein Sex sein. Das ist kein Eisenpferd, aber... Ja, ja, das passt doch. Ja, aber der war ja von dem anderen durch, dass wir dann den E holen. Ich bin ruhig natürlich ein bisschen in der Base. Haben wir nur P-Wege, oder? Wer trinkt was? Er hat hier getrunken. Ja, ja, wo... Er versucht noch zu gewinnen. Na klar versucht er das. Ja, na klar versucht er das. Oh, das... Befugnis hat er noch zu. Komm, mit der Achtung, eins gegen vier wird er wahrscheinlich noch gewinnen. Ja, ist möglich. Nein. Sag niemals nie. Doch. Der hat BRC, nein. Sag niemals nie. Sag niemals nie, Frau Augefinnen. Kann er jetzt noch gewinnen. Der kann nicht gewinnen, der hat BRC. Sag niemals nie. Wenn der jetzt gewinnt, dann kriegt er 100 Euro von dir, wirklich. Ey, ey, und allen, und allen, und allen, hat er grad gesagt. Na, GG erst dann. Da, du. Wie wir die trotz sehen. Ja. Selbst eins gegen zwei.